Ach, wissen Sie was? Sie können mich mal, Hedrick. Können mir jemand von euch sagen, in welchem Stadium der Trauer sich Dr. Cox befindet? Zorn! Zorn, stimmt genau. Wünschen Sie sich nicht, dass ich zornig werde! Und wünschen Sie sich auch nicht, dass ich zornig werde! Wenn ich Sie wäre, würde ich jetzt Schreibfehler vermeiden. Das wäre furchtbar. Das wäre furchtbar. Das wäre furchtbar.